Sarah Machts wird dir präsentiert von digisol.ch, der Webagentur für innovatives Webdesign und Gratwohl Automobil in Esselbach, der starke Partner für Kia. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Keine AKWs und damit kein Atomstrom mehr, ein top aktuelles Thema. Eine Alternative ist die Sonne. Ja, denn in weniger als einer Stunde liefert die Sonne mehr Energie, als die gesamte Menschheit jährlich verbraucht. Wie das funktioniert, das prüfe ich heute für euch beim Montieren einer Solaranlage. Hallo zusammen, mein Name ist Ralf Gatzda von der Firma Helvetting Energy. Wir sind hier bei Florlingen in Bischaffhausen und Sarah muss heute eine Solaranlage montieren. Gut Sarah, also du montierst heute eine Warmwasser-Solaranlage. Und damit du verstehst, was du da überhaupt machst und ich dir mal ganz schnell die unterschiedlichen Sachen zeigen. Wäre noch gut. Wir haben hier mal Solarstrom. Also da wird mit Hilfe der Sonnenenergie ja direkt Strom produziert. Das sind so verschiedenste Typen, die wir hier zeigen tun, die wir auch die Schulungen haben. Wir machen die Flachkollektoren. Wir machen die Flachkollektoren. Der Hund hat Flachkollektoren gewünscht zum Dacheinbau. Die sehen dann aus wie ein Dachfenster. Und das heisst, ich muss nachher auf so ein Dach kledern und das reinsetzen? Genau. Ja, tschau, zusammen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Solarwärme und Solarstrom? Also mit Solarstrom, das scheint die Sonne auf die Panels hoch und produziert nachher direkt Strom. Also das Licht. Das Licht. Das Licht generiert direkt Strom. Und da benutzt man dann den Strom. Den kann man einspeisen ins Stromnetz oder gerade auch selber verbrauchen. Okay. Und beim Warmwasser erwärmst du eine Flüssigkeit, Wasser oder Glykol in dem Moment. Das ist eine Spezialflüssigkeit. Und die wird dann im Tank, der im Haus hinein steht, eingespeisen. Die wird im Prinzip wie eine grosse Warmwasserbatterie. Okay. Die kannst du dann dort raus Wärme bezeichnen. Für das Duschen, Zähn putzen oder das Haus halten. Also Solarwärme ist alles für Wasser und so. Genau, richtig. Und Solarstrom ist alles für Elektrizität und so. Perfekt. Für Fernsehen schauen und Licht anschalten. Perfekt. Das ist die erste Prüfung bestanden. Sehr gut. Bei der Kollektor musst du dann helfen von unten. Trägen. Oh Gott. Wie schwer sind sie? Die haben nur etwa 35 Kilo. Ah nur, ja dann. Dann muss man alles anschliessen. Die sind dann untereinander verbunden, die Kollektoren. Okay. Das siehst du jetzt noch nicht. Das können wir dir nachher zeigen. Und dann, äh, gerade unter dem Bach laufen die Leitungen durch. Die gehen dann irgendwo beim Haus hinein oder im Haus aussen runter. Gehen die runter bis in den Keller, wo dann normalerweise so ein Speicher steht. Die werden dann da oben angeschlossen. Also diese Dinge dort kommen dann da rein? Die kommen dann da oben rein. Okay. Genau. Und wenn wir dann das alles angeschlossen haben, dann tun wir hier bei unserem System, wir haben ein sehr innovatives Produkt, das Plug and Play ist. Das nimmt sich komplett selber in Betrieb. Also es ist quasi blondinensicher. Ah, danke. Und das ist hier unten Low Energy? Wir haben spezielle Punkte entwickelt, die nur noch 15 Watt brauchen. Also es heisst weniger wie eine Glühbirne. Ah ja? Da betreiben wir das ganze System auch. Und jetzt in dem Fall? Jetzt muss ich los, oder was? Jetzt muss ich los, ja. Jetzt muss ich los, woher nicht? Die Baustelle ist in Gächlingen. Das ist im Kanton Schaffhausen, gerade nebenan. Okay. Da brauchen wir etwa eine Viertelstunde, um herzufahren. Okay. Und was ist es für ein Objekt? Das Objekt ist ein Einfamilienhaus, wunderschön. Du musst etwa 5 Meter Höhe arbeiten, ein Schrägdach, weil wir die Kollektoren-Dach einbauen. Schräg heisst schräg? Schräg. Nicht schön so flach, sondern schräg? Schräg. Genau. Der Kino aber runter. Nein, nein, nein. Du bist schön angeseiliert da. Ah, okay. Wir haben dir schon Sorge, dass du wieder heil nach Hause kommst. Okay. Philipp? Ja? Suche einen Philipp. Hier bin ich. Du bist der Philipp? Hoi, Sarah. Ich melde mich zum Dienst. Ich muss bei dir die Sachen holen. Ja, cool. Wir müssen hier in einem Einfamilienhaus eine Anlage aufstellen. Genau. Wir montieren eine Thermianlage, also eine Warmwasseranlage für ein Einfamilienhaus. Genau. Und dafür brauchen wir unsere Top-Kollektoren und unsere Sennreise-Eco-Anlagen. Okay. Und das ist die Liste? Ja. Das ist der Lieferschein. Genau. Am gescheitesten. Ich denke, wir nehmen direkt einen Rolli. Wir nehmen den Rolli, der dort steht. Und gehen wir die Kollektoren holen. 39 sogar! Noch schwerer! So, ich bin schon kaputt. Mach auch Pause, oder? Ja. Ja. Den Rolli nehmen wir mit. Den müssen wir mitnehmen. Ja. I can't get enough. I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Woah! I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. Let's go! Jetzt brauchen wir einen, der wirklich eine Prüfung hat. Wir brauchen ein Wellrohr, das vom Kollektorfeld auf unseren Boiler kommt. Okay, was heisst? Die sind hier im Hochegal rein. Und jetzt brauchen wir einen Lagerist, der uns das schnell runterholt. Wir brauchen den Lagerist, der uns das runterholt. Danke, gell? Super, super, super. Sarah, haben wir noch einen Elektro-Einsatz drauf? Ja. Ja. Gut, den müssen wir noch haben. Okay. Den kannst du morgen suchen. Ich weiss auch nicht, was es ist, aber den findest du. Was? Elektro-Einsatz? Elektro-Einsatz für einen Zen-Rise-Boiler. Ja. Etwas grosser oder etwas kleiner? In die kleinen Richtung. In die kleinen Richtung. In die kleinen Richtung? In die kleinen Richtung. In den anderen Richtung. Wie hoch ist das? In die kleinen Richtung. Philipp, hast du es gefunden? Wo bist du? Ah, da, da, da. Hast du es gefunden? Ja, ich glaube es. Ja, super. Aber hättest du mir auch sagen, dass du das Flanschheiz gehört hast? Und jetzt? Also, ich habe jetzt neune Pause machen, aber du hast so lange gehabt, das können wir vergessen. Also, gehen wir auf den Bau. So. Gut, Sarah, sind wir da. Du siehst, das ist jetzt das Kollektorfeld. Es ist so weit vorbereitet, dass die Ziegel demontiert worden sind, zum Glück. Weil es ist genug schwer, um auf dem Steildach herumlaufen. Darum haben wir es vorbereitet, dass die Ziegel weg sind. So kannst du gut davon stehen. Ja, wir haben die Sicherheit gestellt, die ich dir anlegen werde. Also. Wir sind beide sicher. Kann nicht passieren. Dann machen wir das jetzt als erstes. Genau, das ist das Wichtigste. Dann gehen wir los. Gut. Hey, 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 like a girl gone wild, like a girl gone wild, I say hey, 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 like a girl gone wild. Ich glaube, das ist strenger, als nachher die Doben. «Long floor to daylight, among girls they just wanna have some fun» «A girl gone wild, a good girl gone wild» «I'll make a girl gone wild, a good girl gone wild» «Macher hang ich so, wenn ich gehe.» «Genau.» «So, jetzt sind wir eingekleidet, jetzt kann es losgehen, jetzt gehen wir montieren.» «Du hast ja selber bei dir zuhause auch eine solche Solaranlage, oder?» «Werom hast du das installiert?» «Ja, es ist natürlich faszinierend, dass ich selber zu erleben und selber zu sehen, wie ich mit der Sonne meinen Energiebedarf eigentlich abdecken kann.» «Also ich habe eine Stromanlage, also Photovoltaik und eine Warmwasseranlage.» «Vor allem dort ist es für mich faszinierend, wenn du duschen kannst und du weisst, wenn der Boiler leer ist, nächstes Morgen oder nächsten Nachmittag ist es schon wieder warm, weil die Sonne wieder scheint.» «Was passiert jetzt eigentlich, wenn ein paar Tage die Sonne nicht scheint?» «Dat ist im Warmwasserbereich, also bei dem Therminbereich, für das haben wir ja einen Speicher, wo wir hier jetzt im Keller, wo du gerüstet hast, wo du bereit gemacht hast, wo wir das Warmwasser speichern können, über mehrere Tage.» «Und dort wird die Forzer wieder aufheizen, sobald die Sonne wieder kommt.» «Beim Strom ist natürlich etwas anderes, beim Strom gar keine Sonne, oder überhaupt keine Licht, dann läuft natürlich nichts auf der Stromseite.» «Welches war der bisher aussergewöhnlichste Kundenwunsch?» «Ja, wir hatten auch schon einen Fall in den Bergen, wo wir ein Hütchen eine Anlage montieren mussten, wo wir nicht genau wussten, wo es ist. Und am Schluss, als wir dort waren, haben wir gemerkt, wir können mit dem Auto unmöglich hinfahren. Und dann?» «Und haben dann ein Essel gesucht, der uns die Anlage hinführen konnte. Also es ist alles möglich.» «Kann man in diesem Fall überall eine Solaranlage installieren lassen?» «Ja, das kann man eigentlich überall montieren. Das ist nicht das Problem. Solange das Dach einigermassen gut ausgerichtet ist, kann man das überall montieren.» «Wie viel Strom und Warmwasser kann denn so eine Solaranlage liefern?» «Sie kann eigentlich so viel liefern, dass wir unseren Tagesbedarf abdecken können. Also den Eigenbedarf von einem Einfamiliehaus können wir mit einer Anlage decken. «Jetzt würde ich dich gerne an den Wunsch dabei bereichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?» «Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es obligatorisch wird, eine Solaranlage zu montieren. Also jeder, der ein Haus baut, muss eine Solaranlage machen. Und nicht mehr irgendeinen Boiler, den man mit Öl oder mit Gas aufheizen muss, sondern dass das fest ein Bestandteil wird zum Einfamiliehaus.» «Sehr schön. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu den Zuschauernfragen.» «Was für verschiedene Arten von Solaranlagen gibt es eigentlich?» «Es gibt Thermianlagen, da reden wir von Warmwasseranlagen und Photovoltaik, Stromanlagen.» «Sind Solaranlagen umweltfreundlich?» «Ja, Solaranlagen sind umweltfreundlich. Also wir können ohne CO2-Emissionen Energie erzeugen.» «Was kann Solaranlagen aus?» «Es gibt zwei verschiedene Anlagen, oder zwei verschiedene Arten von Anlagen. Es gibt einerseits die Photovoltaikanlagen, wo wir Strom produzieren können und Thermianlagen, wo wir Wasser aufbereiten, Warmwasser mit Heizung und Unterstützung.» «Sind wann gibt es Solaranlagen in der Schweiz?» «Sind solaranlagen gibt es seit rund 30 Jahren.» «Sind solaranlagen?» «Ja, genau.» «Ja, du hast schon einige montiert, nehmen wir jetzt mal ab.» «Ja, wir haben schon einige montiert, und wir sind seit 25 Jahren dabei.» «Ja, Vollgas dabei.» «Ja, genau.» «Ja, und jetzt?» «So, jetzt müssen wir aber ran.» «Jetzt gehen wir rauf!» «Ja, genau.» «Also befürchtet, dass es irgendwann schon wieder rauf muss.» «Genau, bevor der Regen kommt, gehen wir los.» «Ja, genau.» «Ja, genau.» «Dann braucht sie nicht in die Heizung anlegen.» «Ja, genau.» «Also, gehen wir.» «Jetzt haben wir drei.» «Ja, insgesamt haben wir drei.» «Gut, jetzt?» «Gut, jetzt?» «Ja, okay, ich bin da, ja.» «Jetzt warten wir schnell.» «Ja, ich hebe da.» «Und jetzt rauf!» «Und jetzt rauf!» «So, jetzt!» «Juhu!» «Also, wir brauchen hier jetzt keine Werkzeuge.» «Ah, die müssen wir schon stecken.» «Die müssen wir noch einander einstecken.» «Jetzt kannst du ein bisschen speuzeln. Und du musst die Gummidichtung nass machen.» «Du musst ihn nicht abschlecken, du musst ihn nur nass machen.» «So, bei mir ist er drin.» «Bei dir ist er auch drin.» «Bei mir ist er drin.» «Gut.» «Du kannst ihn auch abschlecken, wenn du willst.» «Schon?» «Ja.» «Jetzt!» «Ui! Oh!» «Das Plättchen ist hier drunter gepurzelt.» «Es ist schlimm, wenn wir das Plättchen hier drunter machen.» «Tipptopp.» «Du kannst fast keine Spucke mehr haben vor lauter Anstrengung.» «Hey, weisst du, wo es drunter kommt?» «Ja, wir müssen pressieren.» «Hey, cool!» «Dala, ich würde schon höchste Leistungen bringen.» «Nein, so cool!» «So, Sarah, jetzt kommen wir zu den Blechen.» «Ich komme darum herum.» «Genau.» «Nein, wie schräg ich das?» «Nein, wie schräg ich das?» «Nein, wie schräg ich das?» «Oh, ja.» «So, jetzt geht's heute.» «Jetzt gehen wir in den Keller. Wir müssen pressieren, wir müssen die Betrieb nehmen.» «Genau.» «Sendlich warm Wasser geben.» «So, jetzt sind wir im Keller.» «Jawohl.» «Das ist sozusagen fast das Ende. Nicht wahr?» «Ja, ja. «Das Kollektorfeld ist gesetzt.» «Jetzt können wir sie in Betrieb nehmen, diese ganze Anlage.» «Ja, vorhin haben wir eine Druckprüfung gebracht worden, ob alle Verbindungen wirklich dicht sind, das machen wir immer.» «Mhm.» «Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. «Steck hier, startdrücken.» «Der Anlage nimmt sich automatisch in Betrieb.» «Und dann ist das schon.» «Und dann ist das schon.» «Und dann das Sofas-Tues-Eckchen den Plastik abziehen.» «Ok, das nehme ich an, muss hier eingesteckt werden.» «Genau.» «Und wenn ich dann hier oben komme, mache das so.» «So.» «Ok.» «Und Start.» «Warm Wasser, dank dem Sonnenli.» «Ja, ist das zum Glauben, jetzt kommt noch die Sonne tatsächlich.» «Tatsächlich, auf dem Moment, wo wir sie in Betrieb nehmen, kommt noch ein Sonnenli.» «Genial.» «So, sind wir wieder hier oben.» «Jawel.» «Ei!» «Hauf und runter.» «Also, was ist jetzt gesagt, jetzt muss ich die Folie wegnehmen?» «Ja, aber sofort! «Das könnte ich losgehen.» «Das könnte ich losgehen.» «Die Sonne kommt.» «Ok, aber jetzt machen wir es noch etwas spannend, bevor wir diese in Betrieb nehmen. Gibt es für euch etwas zu gewinnen, beim Mettbewerb.» «Als Preis bis an am 80 gibt es diese Woche einen Sibirr Frühschrank zu gewinnen, im Wert von 790 Franken inklusive Lieferung. Der kleine und praktische Frühschrank Sibir GB62A Plus findet überall Platz und bietet mit 53 Liter Nutzinhalt genug Stauraum für diverse Köstlichkeiten. Sibir, eine Marke mit Schweizer Tradition und eine umfangreiche Palette an Haushaltsgeräten für die Küche und den Wäschraum. Den tollen Preis gibt es vielleicht für dich, wenn du uns diese Frage beantworten kannst. Was ist das Herzstück einer Solaranlage? Sarah A – Sonnenkollektoren Sarah B – Leitungswasser Mach jetzt ganz einfach mit und schicke uns Sarah A oder Sarah B mit deiner Adresse per SMS auf die Nummer 880. Oder gib uns die Lösung telefonisch durch unter 0901 771234 Und für die schriftliche Teilnahme schickst du unsere Postkarte an die eingeblendete Adresse. Viel Glück.» Voll cool, ey! Es wird gerade mega warm, ey! Mhm! Herrlich, du! Ja, das geht schnell! Ja! So, fertig ist sie! Ja, noch nicht ganz! Noch nicht ganz! Eine Prüfung haben wir noch! Was? Der Chef kommt noch vorbei. Er konnte wohl immer es richtig machen. Oh-oh! 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 looked it out! Oh-oh! Oh! Oh-oh! Wunderbar! So, ich hoffe die Sendung hat euch gefallen und dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und vielleicht hat ein oder andere von euch zuhause eine Idee im Kopf, was ihr gerne mal in der Sendung sehen wollt. Wartet nicht mehr länger, schreibt mir eure Vorschläge auf redaktion.sarahmachts.tv. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und tschüss! Wo gekoppelt wird, fallen die Spänen. Sarah macht's in der nächsten Folge als Schreinerin von Tisch, Stühlen und Türen. Sarah macht's ist dir präsentiert worden von digisol.ch, der Webagentur für innovatives Webdesign. Und Gradwohl Automobil in Esselbach, der starke Partner für Kia.